Wer verliert eigentlich Geld, wenn ich eine Option handle, also als Stillhalter eine Option verkaufe und die Prämie behalten darf? Ein Händler, der die entgegengesetzte Markteinstellung hat? Nicht unbedingt. Und wenn ich das System immer und immer wieder umsetze, wird das dann der anderen Seite nicht zu dumm, immer Geld zu verlieren, sodass das System der Stillhalterstrategien plötzlich nicht mehr funktioniert? In diesem Video schauen wir einmal tiefer in die Mechanismen des Optionsmarktes und erklären, warum Optionen und gerade Stillhaltergeschäfte auch langfristig funktionieren werden. Du verkaufst Optionen mit einem Delta von 0,15 und hast dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Trefferquote in den Trades von 85%. Die verbliebenen Trades rollst du in den Gewinn, wie wir es dir zum Beispiel in dieser 500-Tage-Qualcomm-Trade-Serie gezeigt haben. In zusammen etwa 20 Jahren Optionshandelserfahrung in unserem Team und tausenden Trades haben wir bei den meisten von vornherein Gewinner oder konnten die übrigen so adjustieren, dass wir den Verlust reduzieren konnten oder sogar einen Gewinn herausholen konnten. Nur bei einem Trade hat gar nichts mehr funktioniert. Bei so zuverlässigen Gewinnstrategien muss man sich doch die Frage stellen, ob die Gegenseite noch immer Sinn ist, immer wieder in den Trade einzutreten. Oder setzen wir als Optionsverkäufer auf ein System, das morgen nicht mehr funktioniert? Um das zu verstehen, schauen wir uns an, wie die Parteien bei so einem Geschäft ausgerichtet sind und was sie motiviert. Hier und da wird es in dem Video mal theoretisch. Es lohnt sich aber, den Zusammenhang einmal zu durchdringen, um zu verstehen, warum die Stillhaltergeschäfte für Trader, aber auch Investoren so interessant sind. Vielleicht weißt du, dass auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Optionen als Stillhalter verkauft. Als Stillhalter sind wir Verkäufer von Put- und Call-Optionen. Es kann natürlich sein, dass wir einen Put-Kontrakt an eine Partei verkaufen, die das eigene Portfolio gegen Verluste absichern will. Es gibt institutionelle Investoren, die auch aus der Geschäftslogik oder auch aufgrund von regulatorischen Auflagen Positionen, zum Beispiel mit gekauften Putz, absichern müssen, um keine unvorhersehbaren Kapitalverluste zu erleiden. Fällt der Kurs des Basiswertes nicht wie erwartet, wird die Option der Partei wertlos verfallen. Die Partei verliert also wirklich Geld, wird aber aus dem Absicherungsinteresse heraus weiter Optionen handeln. Auf der anderen Seite kann man Call-Optionen an diejenigen Händler verkaufen, die gehebelt von einer Wertpapier-Kursentwicklung profitieren wollen. Wenn nun der Kurs aber nicht signifikant steigt, wird auch diese Partei die Prämie verlieren. Beide Fälle erklären aber nicht, was mit einer Vielzahl der Kontrakte im Handelsalltag eigentlich passiert. Denn für uns als Verkäufer von Optionen steht fast immer eine Gegenpartei zur Verfügung, selbst für die Kontrakte, die sehr wahrscheinlich wertlos verfallen. Und hier kommt nun als Stillhalter gegen Partei der sogenannte Market Maker ins Spiel. Market Maker sind lizenzierte Marktteilnehmer, die einen Vertrag mit einer Börse haben. Der Market Maker verpflichtet sich in dem Vertrag für einige spezifische Wertpapiere wie Aktien, ETFs oder Optionen Kurse zu stellen und damit für Liquidität zu sorgen. Dabei stellt ein Market Maker für Wertpapiere zeitgleich einen Bit- und einen Ask-Kurs und verdient an der Differenz. Das heißt, dass der Market Maker auf beiden Seiten eines Trades stehen könnte. Das können wir als private Investoren nicht. Dadurch, dass der Market Maker sich vertraglich verpflichtet hat, auf beiden Seiten eines Trades zu stehen, kann jeder andere Börsenhändler mit dem Market Maker ein Kauf- oder Verkaufgeschäft eingehen. Daraus folgt, dass der Market Maker hinsichtlich seiner Marktausrichtung eine neutrale Position hat. Das unterscheidet den Market Maker deutlich von den meisten Händlern, die ja eben auf steigende oder fallende Wertpapierkurse setzen. Einer der größten Market Maker am US-Optionsmarkt ist übrigens Citadel, die nach eigenen Angaben für 1,3 Millionen verschiedene Optionskontrakte die Kurse an 20 Börsen in sechs Ländern stellen. Wenn du also zum Beispiel US-Optionen handelst, wirst du sehr wahrscheinlich als Gegenpartei schon mal mit Citadel gehandelt haben. Wenn man aber sich die Geschäftsberichte von Citadel ansieht, verdienen auch die gutes Geld. Also ziehen die Stillhalter auch Citadel nicht das Geld aus der Tasche. Ein anderer Market Maker ist VirtuFinance und aus deren IPO-Unterlagen aus 2014 geht hervor, dass sie in fünf Jahren an 1.277 Tagen einen Gewinn erwirtschaftet haben und lediglich an einem Tag einen Verlust erlitten haben. Wie machen die Market Maker das? Um zu verstehen, warum sich der Handel für beide Seiten, den Stillhalter und den Market Maker lohnt, müssen wir schauen, wie der Market Maker arbeitet. Dazu schauen wir uns ein Beispiel an. Nehmen wir an, wir verkaufen einen Put auf den S&P 500 ETF mit dem Symbol SPI. Ein Market Maker kauft mir den Put mit dem Delta von 0,2 ab. Natürlich ist das keine Handelsempfehlung, sondern stellt nur ein Beispiel zur Erklärung der Theorie dar. In Bezug auf den S&P 500 ETF ist der Market Maker dadurch von mir in eine Short-Position gedrängt worden, da er von dem gekauften Put nur profitieren wird, wenn der Kurs fällt. Steigt der Kurs des S&P 500 ETFs, macht der Market Maker in dem Put einen Verlust, da sein Long Put bei steigenden ETF-Kursen an Wert verliert, bis er schließlich wertlos verfällt. Wenn der Market Maker sich neutral aufstellen will, muss er den Put also absichern. Das kann er zum Beispiel machen, indem er 20 S&P 500 ETF-Anteile kauft. Während die Long Put mit einem Delta von 0,2 des Market Makers bei steigenden ETF-Kursen an Wert verliert, gewinnen dann die 20 ETF-Anteile des Market Makers an Wert und gleichen die anderen Verluste aus. Zur Erinnerung, 20 ETF-Anteile sind 0,2 Lot und haben ein Delta von 0,2. Der Put und die ETF-Anteile lassen sich also über das Delta immer im Gleichgewicht halten. Die Börsenhändler sprechen dann von Delta-Neutralität. Durch die delta-neutrale Ausrichtung minimiert der Market Maker das Risiko, dem er gegenüber Kursschwankungen, hier im Beispiel S&P 500 ETF, ausgesetzt ist. Je nach Bewegung des Kurses, des Basiswertes, verändert sich das Delta der Position. Dadurch reagiert der Market Maker, indem er Aktien des Basiswertes nachkauft oder verkauft. Dabei schaut der Market Maker nicht auf eine einzelne Position, sondern bildet zu allen eingegangenen Positionen ein Netto-Delta, das er dann durch den Kauf oder Verkauf der Basiswerte hedgt. Wenn man sich den Geldfluss hinter den Geschäften nun überlegt, gleichen also die Gewinne, die der Market Maker durch Kauf und Verkauf des Basiswertes macht, die Verluste aus, die der Market Maker gegenüber einem Stillhalter durch Zahlung der Prämie macht. Der Stillhalter bekommt also streng genommen seine Gewinne von denen, die den Basiswert handeln. Was bedeutet das? Jedem ist klar, dass die, die sich in den Wertpapieren absichern wollen oder von deren Entwicklung gehebelt partizipieren möchten, die Gewinne der Stillhalter zahlen. Viele übersehen jedoch, dass auch die, die Aktien, ETFs, Futures und so weiter kaufen und verkaufen, über die Market Maker Aktivitäten uns als Stillhalter die Prämien bezahlen. Das Fazit ist also, solange die Optionsbasiswerte gehandelt werden und sich die Market Maker in diesen dadurch absichern müssen, werden wir weiter Gewinne als Stillhalter einfahren können und wir können von dem Zeitwertverlust in den Optionen profitieren. Wenn du noch kein Stillhalter bist, aber dich ein regelmäßiges Einkommen an den Finanzmärkten interessiert, schau dir doch mal unseren Basiskurs Optionen an, wo wir alles von der Theorie über die vollständigen Strategien bis hin zur risikogesteuerten Umsetzung zeigen. Bei der Geldanlage wünschen wir dir viel Erfolg, dein Optionswelten-Team.